Sollten wir vielleicht abhauen? Ja, gute Idee. Hallo, Minecraft-Freunde. Und da sind wir wieder. Nein, ich zähle nicht falsch rum. Das nennt sich Countdown. Man countet mal ab. Was ist denn da alles drin? Der Final Countdown. Die Lady. Wo ist eigentlich meine Truhe geblieben? Hast du die draußen in die Truhe geworfen? Oder läuft die hier noch irgendwo rum? Die muss hier irgendwo noch rumlaufen. Au, au, wieso kommt der Hitzlarbenschnecke noch mehr? Ich sag nicht, mein Theo ist weg. Da ist er, da ist er. Da ist mein Theo. Hast du Mathilde auch mitgenommen oder nur Theo? Hab ich im Inventar. Okay. Oh, ich hab wieder ein rotes Mini-Arz und Flammenfaden. Diesmal bitte nicht essen. Gut. Ich hab's gar nicht gegessen. Ich hab's mir durchgegeben. Ich hab mich nur veräppelt. Haha, ist er dran gefallen. Wir suchen nach einer Nether-Burg gehen. Jammer. Okay, ich wünsch euch viel Spaß. Aha. Gut. Dann machen wir's mal. Ich fahr dir alles ab, was ich finde. Komm mit, komm. Doppi. Habe ich mir in den Home gesetzt? Ja, Home-Leather. Gut. Alles klar. Alles im grünen Bereich. Gibt's auch Elite's The Final Count up? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. So. Machen wir uns hier runter. Vielleicht kriegst du das, wenn man sich rückwärts abspielt. So, für alle Fälle das Schwert schon mal ziehen. Ähm. Da. Danke. So, kommt drauf an, wie wir jetzt laufen wollen. Falls wir, falls wir da drauf durchkommen. Hilfe, hier ist wieder eine von deinen Schwiegern, mit Tom. Aua. Hehehehe. So. Nein. Da hinten ist so ein blauer Baum, äh? Ja, hier in der Wolke war ich festgehangen. Ah, okay. Gut, ich bau mich mal hier nach unten. Du kannst doch einfach hier runter. Bin unten. Okay. Das ging schneller. Nein. Okay. Ähm. Wie wär's mit so einem Geisterbaum? Wieso nicht? Dann nehm ich einfach mal den Weg, den ich mir schon mal gebaut hatte. Ey, 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 Spinde, stirb, stirb, stirb. Wieso hab ich denn das Schwert nicht? Das weiß ich nicht. Alter Schwede. Boom. Was denn da ist, explodiert? Okay. Höllischer Bienenstock. Ich würde sagen, so ein Geisterbaum nehmen wir auch noch mit, ne? Mhm. Brauchen wir einen höllischen Bienenstock? Wieso nicht? Hast du das Netz dabei? Nein. Okay. Kommt da was raus? Ich glaub, aus denen hier kann man sich feuerfeste Rüstung bauen. Aus den Leder von diesem Imp. Feuerfeste Rüstung. Ah Mann, diese kleinen blöden Fledermäuse. Also, einen Setz, den hab ich schon mal. Zwei. Wir hatten doch keine Wahl. Drei. Holzkopf, das war intelligent nicht, um zu gehen. Kommt da noch was? Ne, du, mein Holzkopf ist ein großer Holzkopf als ich. Das, das geht gar nicht. Das gibt's gar nicht. Hab ich? Ne, immer noch nicht. Weil ich will so vier Stück Minimum da haben. Schon wieder diese kleine Fledermaus. Ja, hause, gut. Habe ja. Du hast gelogen. Wie, was? Fledermäuse tun ja die Feuersprüche. Ich hab gegugelt. Äh, nein, nicht die original von Minecraft, sondern die aus der Mod. Die sind ganz gemein. Die tun doch niemandem was. So, Geisterbaum haben wir. Den haben wir noch nicht, ne? Die sind halt, die haben halt ein, ein wärmend, ein warmes Herd. Ah, das ist Zündholz. Siehst du? Hm, ich seh's. Egal. Ich will das trotzdem. Genau, ich will das trotzdem. Das heißt, äh, erstmal machen wir hier so ein bisschen die Lärme weg, dass wir das nicht verbrennen. Achso, gut, gut, gut. Hat man das gehört? Ähm, ja. Das mach ich zweistimmig. Die Schweine, geben die irgendwas Besonderes hier? Das sind ja nicht diese Zombieschweine, sondern... Die müssen... Ich kriege hier kein... Setzling aus. Die müssten theoretisch imple... Äh, leder. Was du, Setzling? Ah, er hat Zündholz, Setzling. Das ist auch nicht schlecht. Einen. So. Die müssen... Elfobietas, eine Schwiegermutter von dir und einen von diesen komischen Priestern. Und... Oh, nein, Zombie-Bangel. Ja, dann hau doch. Ich hau ja, und wie, ich hau. Komm, gehen wir mal da weiter, Duffy. Okay. Wieder mal gucken, 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 ob wir da irgendwo was finden. So, Netherburg-mäßig, weißt du? Oh, da ist nochmal Zündholz. Ich nehm das nochmal mit. Aus diesen... Halt, halt, halt. Ja. Boah, was ist das denn? Ein Windmachendurk-Zombie? Was fällt denn dem ein? Das Zündholz nehmen wir auch noch mit hier. Aus diesen... Wieders, ich bin am sterben. Nee, das ist Dunkelholz. Das ist gar kein Zündholz. Gib mal alles Wertvolle meinem... Brauchen wir jetzt Dunkelholz? Nee, Dunkelholz hatte Jana schon, ne? Jana hat einen Dunkelholz, Setzling. Einen? Ja. Dann nehmen wir noch was mit dir. Aua. Was ist denn Aua? Dieser komische, äh, rarge Zombie-Boss hier hat mich gerade hochgehoben und in die Luft geworfen. Ein, ein, ein. Ja, die sind fies. Die sind echt fies. So rär sind die gar nicht. Ah, mich auch. Ah, jetzt ist der Garst von mir abgewichen. Ah, jetzt kommt er wieder zu mir. War das jetzt gerade ein Mini-Garst, der hier rausgekommen ist? Äh, keine Ahnung. Nein, der kam von oben nach unten. Ja, aber der war so viel... Ja, das ist meiner. Den hab ich zeitweise. Der spuckt doch ab und zu mal in eure Richtung. So, okay. Ähm. Das ist wahrscheinlich auch nur Dunkelholz, ne? Hä, wie killt man denn so einen Garst, wenn man keine Truhe dafür hat? Äh, gehen wir da weiter? Duffy? Duffy, Duffy, Duffy. Du, du, du bist da. Okay. Ich folge dir einfach mal. Hilfe, wie killt man denn? Weil ich glaube immer noch, wer weht. Und irgendwann finde ich dann immer eine Burg. Ey, lass das. Also normalerweise mit zurück... Ich hab dir das nicht erlaubt. ...mit zurückschleudernder Flammenkugeln. Ja, ja, das versuche ich, ja. Aber irgendwie... Ah, ganz knapp. Ja, ich schleudere die immer zurück, aber irgendwie bringt mir das nichts. Ich bin wunderschön am Berennen hier. Ja, aber auch irgendwie wieder rein. Ich sprenne für dich. Ja, dann musst du das Feuer mal ausmachen hier. Warum kann ich denn keine, äh, von diesen... Von diesen Feuercugeln können wir mal zurückschlagen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Theoretisch müsste es funktionieren. Warum geht das nicht? Ja, ich hab auch wieder eine zurückschlagen können, aber die treffen irgendwie nicht beim Gast. Nee, ich kann sie nicht zurückschlagen. Ich hau auf die Dinger 20, 40 Mal drauf, aber das funktioniert nicht. Also ich hab sie eben auch zurückschlagen können. So, ähm... Geht's da noch weiter, Örki? Oder ist da Ende? Wie besiegt man denn einen Gast? Schau mal bei. Kann ich, komm ich an, das hier an? Ja, da komm ich an. Close down ist schön und wichtig. Ja, ich, ich will hier weiter, ich will hier weiter, ich will gucken, weißt du? Ja, ich bin gleich da. Close down. So. Also irgendeinem Grund kann ich nicht so weit gucken, irgendwas stimmt hier gar nicht. Gar nicht. Kommst du? Okay. Mä, da ist jetzt wieder deine Schwiegermutter. Nee, er mit meiner Schwiegermutter. Ich hab keine Schwiegermutter mehr, ich bin geschehen. Ja, siehst du mal, deswegen ist er so sauer. Äh. Lauf mal weiter, lauf mal weiter, 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 weiter. Komm, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, komm. Ja, ich will hier nur einen halbwegs sicheren Weg bauen. Also. Oh, Spinne. Hallo, Spinne. Die splittet sich auf in mehrere. Ja, das ist eine von deinen Schwiegermutoren. Das ist eine von diesen großen, ne? Das ist eine von mir, du Schwiegermutoren. Ich würde ja auch gerne das andere Schwert nehmen, nur das macht Feuer-Damage, was im Nether jetzt nicht so hilfreich ist. Diese Netze, die sie abwerfen, ne? Diese Fäden, diese roten. Sind die auch irgendwie irgendwas gut? Bestimmt. Äh, du kannst damit Zündholzbögen und so bauen. Äh. Also Bögen aus Netherholz. Ich will mal, ich will mal nach oben. Nein, Holz kommt nicht weiter. Was, du kriegen kannst du diese Helmschwerter. So. Mädels, ich hab schon zwei Betrauen, wir Glowstone. Okay. Glowstone ist schön, brauch ich. Gut, hier ist nämlich welches, wenn ihr welches wollt. Äh, so. Ah, ja, hier ist auch noch ein bisschen was. Was? Glowstone. Ja, Glowstone geht es, das können wir euch abholen. So. Geht das mit der Spitzhack jetzt schneller? Lieferung ist kein Begriff. Ja, also ich hau nur einmal drauf in der Fels. Vielleicht was denn Lava gehauen. So. Gehen wir mal in diese Richtung weiter, würde ich sagen. Nicht schon wieder Garst. Doch, schon wieder. Und so ist Sand und ich kann mich nicht schnell bewegen. Hier ist ein, ein, hier ist ein Schwein. So, hier mal, komm hier oben drauf, das ist sicher. Ein Kobold. Äh. Wie ist das? Ich hab gerade einen Zombieschwein gekillt. Und der Garst steckt in der Lava. Hilfe, ich muss schon wieder oben, ich hau nicht im Schaue. Äh, klar, dann lass mal stecken. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal hier durch die Wand. Jo, das könnte sicher sein. Guck mal, guck mal da raus rum. Nein! Ich hab auch mal auf X geschaut und da war jetzt nichts Besonderes. Leute, ich bin tot. Wie kommst du jetzt zurück? Warum bist du tot? War keine Absicht. Ja, aber... Dich kann man echt nicht alleine lassen, oder? Hallo? Ihr habt mich alleine gelassen. Warum? Ich hab ganz oft gesagt, ihr sollt dich nicht alleine lassen. Wir haben doch gesagt, wir gehen los. Und ob du mitkommen willst. Wo bleibt denn meine Kiste? Kommt ihr nicht hinterher? Äh, seine Kiste? Die wird wahrscheinlich rumbacken. Da hab ich alles Wichtige reingetan, damit ich... Die musst du immer ins Inventar tun, wenn du durchs Portal gehst. Ah, wo ist der Maus? Er ist gestorben, das war ja das Problem. Ja, das ist schlecht. Oh, sie ist so wieder. Der Typ hat brav am Portal gewartet. Aber mein Schwert ist verloren. Leute, kann ich mal bitte irgendwie Escort-Service bestellen? Äh, geht nicht. Weil da müssten wir den ganzen Weg zurücklaufen. Mesos Schwiegermutter von hinten. Hilfe, Megel, Mesos Schwiegermutter von raus. Schwiegermutter und Ast. Mesos, da ist eine Schwiegermutter. Ja, haben wir hier auch. Haben wir hier auch. Aber ihr habt Schwerter. Ja, und wir haben Probleme. So, also Schwinde tot. Ich hab doch getroffen. Wieso fliegst du nicht zurück? Ja, keine Ahnung. Jetzt fliegst du zurück. Den haben wir zurückgeschossen. So. Hey, hier ist ein Gas. Der schmeißt mir drücken. Den hab ich nicht zurückgekriegt. Weitere, ihr seid ganz in der Nähe. Kann das sein? Äh, vielleicht. Vielleicht. Wir wissen nicht mal, wo wir sind. So. Der hab ich noch nicht mehr mit dem Feuer auf dem Boden. Krieg ich den noch oder krieg ich den nicht? Wir müssen retten. Autsch. Oh, ich muss essen. Und ihr müsst mein Schwert retten. Äh, dein Schwert retten? Ich muss erst mal mich retten. Isst du erst mal. Ich versuch den Gas dabei abzulenken. Warum kann man sich im Netz noch nicht teleportieren? Geht das nicht? Nein. So. Ich weiß, wo mein latest Death ist, aber das wird von einer Schwiegermutter bewahrt. Ich. Ah. Ich treff zwar die blöden Feuerbälle, aber ich treff den Gas nicht. Ich treff die blöden Feuerbälle auch. Ich hau auf die. Ich mache 20, 40 mal links und links klick drauf, aber das geht nicht. Bäh. Teilweise sehe ich sogar, wie sie zurückfliegen, aber dann in der Luft noch explodieren. Ich bin wahrscheinlich im Bad. Nö. Meter hat ich für mein Schwert gezogen. Äh, Mist, 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 Mist. Ihr müsst mir helfen. Heiß, 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 heiß. Wir können dir nicht helfen. Helfst du mal uns? Ich muss irgendwas mir helfen. Ich bin wertvoller. Ah, jetzt muss ich auch kurz essen. Okay, äh, so hat das nicht funktioniert. Wo, wo, wo ist er? Der steckt doch da unten drin. Ich habe zu rennen zu kochen. 500 Meilen, oder? Nee, ich muss doch 500 Meilen laufen. Ich seh den Gott nicht, nee. Hier hinten ist auch noch einer. Es sind zwei. Okay. Flieg in den Feuerball, nein, wieso fliegst du da nicht rein? Und ich lauf auch noch in dein Feuer rein, genau. Alter Schwede. Wo ist denn der andere? Ah, jetzt hab ich das Feuer gesehen von dem. Sollten wir vielleicht abhauen? Ja, gute Idee. Oh Leute, ich hab grad ja festgestellt, dass hier ja dieser Todeskreuz-Mod drin ist. Theo hat alles brav aufgesammelt. Also Theo, mein Theo halt. Okay. Das ist ja kein Holzkopf, mehr ein Steinkopf, aber... Eisenkopf. Was? Noch ein Gast. Ich hab Kobold hier, oder? Alter, es fällt ja immer mehr. Ich würde sagen, wir graben uns einfach mal irgendwo entlang. Ja, gute Idee. Wir sollten auch nur den Weg wieder zurückfinden. Ja, den werden wir auch... So, ein Whisky ist aber tot. So, erst mal was essen. So, hier drunter kriegen sie uns lesen. Ich sollte auch vielleicht meinen Bogen mitnehmen. Oder Tuch. So, okay. Renn schnell. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Ich will hier mal weiter. Jo, ich bin hinter dir. Okay. Also auf jeden Fall sind wir nicht auf dem Heimweg. Wir sind in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Mhm. Weil Heimweg zeichnet die andere Richtung, die Pfeile. Bei der Minimap. So. Okay. Hier drin sind wir auf jeden Fall erst mal sicher. Willst du was essen noch? Ich, äh, ach, ich brauch nur eins zu essen und dann bin ich schon wieder voll. So. Dann arbeiten wir uns hier mal durch. Bin ich auf maximal? Ja, ich bin auf maximal. Wir sind ja eigentlich schon am durcharbeiten. Äh, was? Wir sind ja schon am durcharbeiten. Ja, wir suchen nach einer Netherburg. Wir wollen eine Netherburg finden. Warte mal, ich will mal gerade mal schauen. Äh, okay. Okay. Was ist das? Weiß ich nicht. Okay. Also, liebe Zuschauer, werden wir noch eine Netherburg finden oder werden wir hier elendiglich sterben? Elendiglich. Genau. Elendiglich. Werden wir elendiglich sterben oder werden wir endlich unsere Netherburg finden? Das verraten wir gleich in der nächsten Folge. Hä, wie willst du das verraten? Das weißt du doch vorher gar nicht. Ich sag doch vielleicht. Das verraten wir vielleicht. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Aber mits ist kein... Wieso tschüss? Jetzt schon? Aber ich hab mich noch gar nicht verabschiedet. Nein, dann sag doch tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Geht mir alles zu schnell in dieser Welt. Ciao. Schänz. Vielen Dank.